Das soll weh tun. Das ist also nicht so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie da hören, ist ein Duschen. Das waren so bezaubernde Zeiten, als wir nicht mehr bei Oma Jörgensen in der Küche in so ein Bottich mit einem Gießkanne abgesprüht wurden, sondern selber duschen. Deswegen erinnert mich Duschen immer an ein wundervolles Lied, das Sie jeden Sonntagnachmittag bei uns bei Schlecktem Wetter im Radio gespielt haben. I'm drinking in the rain, just drinking in the rain. What a glorious day, I'm happy again. I'm drinking in the rain, just drinking in the rain. I'm drinking, I'm singing in the rain. La 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 Wir hüllen das ganze Bild mal wieder in den Mantel, das ist egal. Mein Name, das ist Isu Herkes und wir haben eine Platte aufgenommen. Der Fiske-Core, der Dr. Geo Köhler, der Prof. Dr. J. Mayman und auch mir, das ist Isu Herkes. Die Platte können wir natürlich nicht bezahlen bei der Fiske-Core. Immer alles, was wir sammeln, versaufen. Deswegen geben Sie mir jetzt Ihr Geld über dieses Crowdfunding und dann machen wir eine ganz tolle Platte von dem, was wir schon aufgenommen haben. Danke sehr. Und hier, Nasen, Nasen, ein bisschen aus der Dusche raus. Das gibt es ja nicht. Das ist unhygienisch auch ein bisschen.